Jawohl, Leute, haben wir gewonnen. Press Start to play. Spiel mit mir unterstrich forever fp. Mit dem Herz hat geschrieben, ihr habt mir echt gefehlt. Danke für die tollen Videos. Danke auf jeden Fall für deinen coolen Kommentar. Wenn ihr auch mal grüßen wollt, dann schreibt auch einmal einen coolen Kommentar. Viel Spaß mit diesem Video. Okay, Leute, wir fangen mal hier am Point an. Wir probieren hier mal so eine Figur. Nein, da geht ein ganz, ganz Stück höher. Schade. Ah, der könnte. Okay, Leute, jetzt bringe ich den Bubenaufsprecher mal nochmal. Vielleicht hat der Payout. Nein, auch da geht er ein ganz, ganz Stück höher. Dann gucken wir mal den Point hier. Okay, Leute, jetzt nehmen wir so eine Corona, würde ich mal sagen. Mal gucken, ob die vielleicht Payout hat. Nein, auch da geht er ein ganz, ganz Stück höher. Schade. Nein, auch da geht er ein ganz, ganz Stück höher. Jetzt probieren wir hier mal die unterste Reihe. Welcher Diapaird? Oh, ja, probieren wir mal nochmal. Okay, Leute, probieren wir mal in die unterste Reihe nochmal. Oh, jawohl, Leute, da haben wir die, äh, Deutschlandente gewonnen. Nice. Nice, Herr Wingo, heute, da haben wir so eine Ente gewonnen. Okay, Leute, jetzt probieren wir mal so einen Bluetooth-Lautsprecher. Von Google. Der wäre natürlich relativ nice. Nein, da geht er ein ganz, ganz Stück höher. Okay, Leute, ich würde sagen, wir probieren hier mal so ein Bluetooth-Lautsprecher einfach mal so rüber. Das ist hier wirklich einfach mal so ein Bluetooth-Lautsprecher. Von, dreh dich richtig. Ja, das sieht gut aus. Komm, zieh ihn rein. Jawohl, Leute, da haben wir mit dem ersten Versuch gewonnen, Leute. Nice. Nice to win, Leute. Wir haben mit dem ersten Versuch. Okay, Leute, wir gucken mal, wir gehen vielleicht einfach ein Stück weiter nach Mainz ziehen können. Wir probieren es mal so. Komm. Ist ja nicht so hochgeblatt, Leute. Wir gucken mal, wie wir ihn einfach reinziehen können, Leute. Komm, zieh ihn her. Alter, Leute, jetzt ist er richtig nah. Wir probieren es jetzt mal nochmal. Okay, Leute. Oh, komm, zieh ihn rein. Das sieht gut aus. Komm, zieh ihn rein. Alter, Leute. Leute, den müssen wir jetzt aber reinwerfen. Okay, Leute, hier kommen wir noch nicht runter. Wir probieren es mal hier. Hier können wir auch noch nicht runter. Okay, komm, jetzt werfen ihn rein. Komm, werfen ihn rein. Ja, Leute, da haben wir ihn. Nice. Dann probieren wir ihn halt direkt. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir gucken mal, ob wir uns vielleicht näher zum Schacht kriegen können. Ah, der hat sich gar nicht gut gedreht, Leute. Wir probieren es mal nochmal, aber der muss sich schon richtig dafür drehen. Wir probieren es jetzt mal so. Nein, Leute, schade. Der liegt da auch relativ nah am Schacht. Der wäre auch relativ nice. Komm, zieh ihn rein. Ja, komm, vielleicht. Alter, Leute, komm, jetzt aber der... Komm, dreh dich richtig. Komm. Ah, vielleicht. Nein, Leute, wie knapp. Wir müssen den irgendwie da rüberbekommen. Wir probieren es mal so. Komm, zieh ihn rein. Nein, Leute, der ist in ihm gefallen. Schade. Okay, Leute. Wir probieren es hier mal diesen pinken... ... ... ... ... ... ... Ich glaube, ich mit dem Herz. Komm, zieh ihn rein. Ja, wow, Leute, da haben wir ihn mit dem ersten Versuch. Okay, Leute, jetzt probieren wir hier mal so ein Winnie-Pooh, würde ich mal sagen. Wir gucken, ob wir den vielleicht näher zum Schacht kriegen können. Das wäre natürlich ziemlich nice. Komm. Sieht gut aus. Okay, Leute, jetzt ist er richtig nah am Schacht. Vielleicht können wir ihn ja jetzt reingerfen. Das wäre auf jeden Fall nice. Okay, Leute, wir probieren es jetzt mal so. Komm, zieh ihn rein. Alter, Leute. Wir probieren den mal so einfach. Komm, gleich zieh ihn rein. Komm, zieh ihn rein. Okay, Leute, jetzt probieren wir so ein Faultier. Oh, ob wir das vielleicht einfach reinziehen können. Ah, der haben wir gespielt. Schade, Freunde. Okay, wir probieren es jetzt mal. Komm, drehe ich richtig. Er hat sich wieder falsch gedreht. Aber, ja. Okay, Leute, wir probieren es mal nochmal. Ich hoffe, das sieht gut aus. Alter, Leute. Okay, Leute, wir probieren es jetzt mal nochmal. Vielleicht können wir den jetzt einfach reinwerfen. Komm, zieh ihn rein. Okay, wir probieren es mal. Komm, zieh ihn rein. Jawohl, Leute. Wir haben ihn gewonnen. Okay, Leute, wir gucken mal, wie stark der hier ist. Vielleicht können wir den da direkt reinwerfen. Fast, Leute. Ja, das war nichts, Leute. Okay, Leute, wir probieren es mal nochmal jetzt. Ah, Leute. Wir probieren es mal so an den hinteren. Und versuchen. Alter, Leute, das sind jetzt so knapp. Komm, zieh es rein. Und das sieht gut aus, Leute. Komm, drehe ich richtig. Das sieht gut aus. Komm, zieh es rein. Ah, das ist schade. Ich will gucken, ob wir den gleich näher zum Schach ziehen können. Der finde das ziemlich nice. Komm. Ja, das sieht gut aus. Komm, zieh ihn näher. Okay, der steht nicht sicher. Ah, schade. Ob wir den einfach näher zum Schach kriegen. Ah, die haben wir auch nicht verdrehen. Okay, Leute, wir probieren wir den hier. Ob wir den vielleicht näher zum Schach kriegen können. Wir probieren es mal so. Komm, zieh ihn näher. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall näher. Okay, Leute, jetzt probieren wir es mal nochmal. Komm mal. Okay, Leute, wir probieren es jetzt mal hier. Ah, komm, vielleicht... Okay, Leute, vielleicht können wir den ja jetzt reinziehen. Komm, dreh dich richtig. Oh, könnte, komm. Ah, wie kann. Wir probieren es mal nochmal, Leute. Vielleicht können wir ja jetzt... Wer hat den noch? Der war doch fest. Ja, ja. Okay, Leute, wir gucken mal, ob wir den jetzt reinwerfen können. Okay, Leute. Können wir nochmal? Komm, ziehen rein. Alter. Okay, komm, jetzt werfen wir ihn rein. Jawohl, Leute, da bin ich. Nice. Okay, Leute, jetzt probieren wir es mal hier. Vielleicht können wir ihn jetzt reinwerfen. Okay, Leute, wir probieren es mal den hier. Vielleicht können wir ihn jetzt reinwerfen. Komm, ziehen rein. Jetzt probieren wir diesen Hund nochmal. Wir haben ihn gerade richtig nah rangezogen. Vielleicht können wir ihn jetzt reinwerfen. Komm, dreh dich richtig. Ah, jetzt hat sich nicht ganz gut gedreht. Wobei, vielleicht? Okay, Leute, jetzt probieren wir den hier nochmal. Okay, Leute, jetzt probieren wir es hier nochmal. Vielleicht können wir ihn jetzt hier reinwerfen. Ah, nee, schade. Okay, Leute, jetzt probieren wir es hier nochmal. 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 Okay, Leute, jetzt probieren wir es hier nochmal.